So, wir sind hier in einem Hinterhof gelandet und zum Glück können die Zombies nie über... Also, Dings klettern, was ist das? Ein T-Set? Das untersuchen wir mal. Wobei eigentlich wär's... Ja, was ich mich jetzt nur frage, Baumholtz. Stimmt, mit dem Bein kommen wir da nie hoch. Passiert jetzt eigentlich was, wenn wir hier... Nein, wir müssen... Sinnvoll ist es ja eigentlich, dass wir direkt... Erstmal... Ich will gar nicht zu nah an die Poolabdeckung ran. Nein, wir gehen erstmal ins Haus. In der Hoffnung, dass wir uns dort verarzten können. Los. Wir werden mal gleich rausfinden und... Nach unten scrollen. Benutzen. Öffnen. Oh, hier sieht's ja auch wieder super aus. Hier sieht's wieder super aus. Bis jetzt ist uns ja noch nix angefallen, also wir werden erstmal gucken. It's fake. Damn. Hm? Oh, Jesus. Ein Malbuch, okay. Hier scheint wohl ein Kind anwesend zu sein. Oder gewesen zu sein. Oh, ich hoffe, hier kommt kein Kinderzombie um die Ecke. Das ist... Damit komme ich nie... So, na... Der Blutfleck sieht auch alles andere als vertrauenserweckend aus. Boah! Idiot. Jetzt sieht er auf jeden Fall voll aus, wie er als ob er nicht zu den Zombies gehört. So, und jetzt könnten wir hier erstmal... Ach, hier können wir alles erstmal untersuchen. Notiz. Hallo? Schublade. Babysitters. Oh. Walkie-talkie, das nehmen wir jetzt. Irgendwo muss ja das andere noch sein. Ähm, die Schublade... Ja, aber wir gucken hier trotzdem überall mal rein. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht was Brauchbares finden. Irgendwas zum Verbinden oder sowas. Ähm. Wobei, warte mal. Das ist... In welche Richtung führen die Fußspuren? Nein, nee, die können ja... Da ist aber jetzt nichts drin, oder? Ah, ein Anrufverantworter gibt es ja offensichtlich. Hier ist, äh, nichts drin. Ja, zu der Grafik habe ich ja schon vorhin was gesagt. Ich finde das eigentlich doch alles in allem ganz cool. Das passt ganz gut, auch wenn man jetzt die Zombies quasi gesehen hat. Hier ist auch nichts drin. Und, äh, auch vom Soundtrack, die, äh, äh... Akustische Untermalung jetzt auch gerade beim Wegrennen, die war einfach mal... Äh, super. Und wenn ich mir bedenke, äh, wenn ich bedenke, ich sitze hier gerade... Und was ist das? Halb elf, äh, mit Kopfhörer und dunkel. Ich habe nur Kerze angemacht. Das, äh, sorgt schon für ein bisschen Stimmung. Obwohl ja bis jetzt so viel Schreck in Sachen noch nie gekommen sind. Und dass der Bulle aufsteht, das wusste ich ja. So, ja, genau, der Typ hatte ja Hunger. Ähm, dort ist... Warum ist hier zu? Na, egal, kann man ja auch nicht aufmachen. Hier haben wir auch noch was. Natürlich nichts Brauchbares. Das ist eine... Hier noch... Okay. Ja. Also, er gibt hier auf jeden Fall uns schon Hinweise, dass er sagt, ja. Furniture, Blut überall. Jesus. Ja, hier möchte man bleiben, ich weiß. Maybe there's something on there. There are three new messages. Ja, dann hören wir uns die mal an. Mal sehen, ob wir daraus schlauer wären. Three new messages. Message one. Left at 5.43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling, well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Left at 11.19 p.m. Oh, my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three. Left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Keine sehr beruhigende Nachricht. Hat er das Bild noch aufgestellt? Also, was? Huh? Hello? You need to be quiet. Wer spricht das? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Okay, schon mal keine Kinderzahndes. No, I'm not. Aber irgendwas muss ja hier. Wo finde ich deine Eltern? Oder wo sind deine Eltern? Irgendwas muss ja hier passiert sein. Irgendwas muss ja hier passiert sein. Irgendwas muss ja hier passiert sein. Sie sind in Savannah, ich denke. Wo sind die Booten? Wo sind Sie? Ich bin außerhalb in meinem Treshaus. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. No. Kuh, 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 kuh. Ah. Hau dir, Alter. Hau dir in den Hand. No. Weg damit. No. Oh Gott. Das war auch verdammt nah. Oh Gott. Wie kann man denn zweimal am selben Ding ausrutschen? Alter. Die hatten Hammer, die hatten Hammer, die hatten Hammer. Und jetzt ist hier Ruhe. Im Schacht. Vorsicht, Zauber. Geht's. Alter. Sieht noch schlimmer aus als vorher. Der. Mann. Mann. Hi, there. Did you kill it? Ich weiß nicht. Ich denke so. Manchmal kommen sie zurück. Hast du einen? Nein, aber sie werden oft getötet. Du hast du alles selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern zurückkommen. Ich denke, das wird ein bisschen Zeit. Oh. Oh. Schau, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich schaue dich nach dem Endeffekt. Was sollten wir jetzt tun? Ja, es ist nicht sicher am Abend. Sie wählten das sichere Tageslicht. Ja, sehr schön, sehr schön. Let's go. Bleib nahe zu mir. Hast du den Hammer mitgenommen? So, jetzt haben wir das kleine Mädel da mit an der Backe. Hilf, hilf, bleib stehen. Kann ich eigentlich rennen? Nee, na Gott, nee, eigentlich nicht. Vielleicht kann ich irgendwann rennen. Aber jetzt im Moment kann ich ja nur humpeln. Ist ja vielleicht noch irgendwas, was ich... Nee, ich kann jetzt scheinbar nur ihr folgen, was ja auch Sinn macht. Ob bitte sagt mir, dass das kein Zombie ist. Aber auf jeden Fall vom Spiel geil gemacht jetzt hier, äh, die Szene. Das ist jetzt übrigens alles neu. Ja, also bis zu der Babysitterin, der hab ich den Hammer schon mal, äh, in den Schädel gedroschen. Und man sieht auch, dass es von der Grafik her alles, passt das doch ganz gut zusammen. Und, ähm, also ich bin sehr gespannt, was hier noch kommen wird und was... Nee, die sehen nicht sehr zombie-mäßig aus. Nee, sind so nicht. Okay, die scheinen nicht gerade die cleversten zu sein. Habe ich das Gefühl? Ich lasse die Kleine dann hier alleine. Boah, wenn das eine zusätzliche Belastung ist, aber... Well, Cuts... Well, Cuts... We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... Der Monster ist gekommen. Wir müssen gehen. Lass uns schnell. Los geht's. Los, rein da, rein da, rein da. Okay, wir sind schon mal entkommen. Das ist schon mal gut. Also soweit.